Oh mein Gott, es ist passiert. Die ersten Leute haben eine Switch vor sich zu Hause stehen. Im NeoGAF-Forum haben gerade einige User Bilder gepostet, wie sie einfach eine Switch besitzen und das ist übelst krass. Ich meine, wir haben es heute den 16., nicht mal, mindestens noch zwei Wochen dauert die ganze Geschichte, bis das eigentlich rauskommt. Und die haben es einfach geschafft, sich bereits eine zu kaufen. Das ist so, so krass einfach. Seht es euch an. Es ist so, what? Ich bin ein bisschen übelst eifersüchtig jetzt. Und das als einer der wenigen Nintendo-Partner in Deutschland, der noch keine Switch besitzt. Und da gibt es bereits Leute in Amerika, die einfach echt eine haben. Das ist unglaublich einfach. Es ist echt unglaublich. Ich bin hin und weg. Was sagt ihr dazu, dass anscheinend einige Leute bereits in den Besitz einer Switch kamen? Und sagt ihr, boah, geil, das ist total toll für die, ich möchte auch eine haben. Und da sagt ihr so, scheiße, Nintendo, der Release ist erst am 3.3. und nicht am 16.2. Warum sind die schon in der Wildnis? Postet mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wir sehen uns dann beim nächsten kleinen News-Titbit-Quickie-Dings-Booms-Dingsidings. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.